hallo minecraft willkommen zur nächsten folge fdb launcher hermit pack ja ich habe leider immer noch kein texture pack drin darum kümmere ich mich die nächsten tage dass ich endlich mit texture pack arbeite spiele irgendwie nagen wir schon wieder ein bisschen wo wir hatten letztes mal gesagt wir werden uns hier mal um den weg kümmern um einen schnallern weg nach unten so wie er es bei mir auch gewohnt immer das lang immer so ungefähr hier und das war umgeschickt aber nicht runterfallen man du hast doch keinen hunger du hast doch so viel hunger ich glaube ich gehe hier noch eins rein dann haben wir da ein bisschen mehr dann haben wir hier nämlich eine kleine barriere so den baum lassen wir da ja habe ich schon lange nicht mehr gebaut so ein weg aber es sollte auch nicht so ein großes problem werden so und da so und dann geht es hier wieder runter ich will ja nur auf die ebene da unten kommen und dann kommt wie gesagt eine brücke darüber da haben wir uns ja so schon ausgeknobelt ihr erinnert euch vielleicht was ich mal damals habe ich noch gar keine aufnahmen mehr da habe ich mal so einen weg in so ein ja in so einen teil reingebaut in so einen berg reingebaut und der sah ganz cool aus das kriege ich hier wahrscheinlich leider nicht mehr leider einfach der Berg nicht mehr aber ich denke das wird auch so ganz interessant so jetzt müssen wir allerdings mal hoch weil ich habe Hunger ich habe Hunger ja danke habe doch gerade gesagt ich habe Hunger Faktor, 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 noch da hin auch noch, gut hier müssen wir eigentlich schon eins tiefer dann kommt hier wieder eine Stufe dann sind wir hier unten ja, dann kommt hier nochmal ein Straf weil hier kommt dann die Stufe ne, doch hier ist Lappmittel, doch hier ist voll, da ist Stufe, da ist Stufe so und dann sind wir hier nochmal unten ich glaube dann haben wir sie auch schon bald dann ist es nicht mehr so weit ich glaube dann Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam So, dann müssen wir es dann mal überlegen Dann machen wir das Elisabeth und dann wird meine Schaufel schon wieder kaputt. Das ist ein gefährlicher Weg, weil der Biegenkorb da so nah dran ist. Aber wenn ich da normal schnell langlaufe, dann sollte da nichts passieren oder vielleicht doch. Ach, verdammte Axt. Die können ja einfach so zerstören. Aua, die sind gar nicht böse. Kann ich die hauen? Nein, kann ich nicht. Die Bienen hauen ganz schön rein. Das ist doof, das ist doof. Hier folgt man nicht. Hier folgt man nicht so. Carpenter-Blöcke hat man, glaube ich, auch keine. Oder Stairs, Stairs, Destructive Stone. Ähm, Diorit gibt's. Otherworld. 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 Okay, kenne ich gar nicht. Ich kenne mich gar nicht. Otherworld. Ähm. Ich bestelle aus, habe ich dir gut. Normal, wenn wir sie hell halten, dann müsste man Alabaster Bricks machen. Alabaster Bricks. Okay, okay. Okay. Kriegen wir hin. 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 Das da rein, das da rein, das da rein, das da rein, da rein. Äh, da rein, da rein, da rein, da rein, da rein. Und die Bühne kommt da hin, das auch, das da. Und dann gehen wir mal schnell eine Runde snacken. Snacken? Äh, schnacken. Ja, hier. Äh, nee, schnacken ist ja eigentlich reden, gell? Ich glaube, ich auch äh, äh, ähm. Achso, ich kann gar nicht mehr essen. Ähm. Ähm. Alabaster. Haben wir ja genug gefarmt. So, ich hätte da noch einen Speck. Also, eine Schaufel brauchen wir natürlich auch nochmal. Dann war der noch nicht fertig. Ich habe aber keine Sticks mehr. Ja. Ah, immer dieselben Probleme hier. Ja, ich mache mir weiterhin Eisenwerkzeug, weil das einfach, äh, haltbar wird. Weil ich damit schnell abbauen kann. Weil es einfach besser ist. Ja. Nee, da nicht. Ich muss erst wieder ein bisschen lernen, wie ich bauen muss. Ich habe ja auch eine ganze Zeit lang wieder kein Minecraft gespielt, ja. Und da ist dann schon wieder so, dass man, äh, kurz mal überlegen muss. So ist gut, ja. Jetzt haben wir wieder falsch gebaut. Oh Gott. Das gehört auch nicht dahin. oder rein. Oh Gott. Ja. Ach, Mensch. Das kommt immer durch das, durch dieses, hochlaufen. und können sie durch das Block überspringen. So, gut. Jetzt geht es mal ein bisschen voran hier. Was? Die sind schon alle... Kein Alabaster... Aber was soll denn das, Mann? Die regen nicht auf. Die müssen wir uns gut bauen. Scoop. Eine Wolle und ein paar Sticks. Schaf, wo bist du? Ja, ist ja geil. Schafe gibt es ja nicht. Genau das, was ich mal brauche, gibt es nicht. So. Ich muss... Ich muss... mir einen Scoop bauen. damit nicht die doofen... Aua. Aua. Ich könnte auch unterwegs mal ein bisschen... Da steht nämlich... Da ist schon wieder... Und dann... Oh, da! Fangen sie schon wieder an. Mich zu nerven. So, 22 Holz. Äh, 22... Äh, 22... Äh, 22... Nicht Holz. Schweinefleisch. Schweinefleisch. Aber Schweinefleisch wollte man eigentlich gar nicht. Wir wollten Schafe finden. Erstmal haben wir einen Haufen andere Viecher. Wo sind die Schafe hin? Die waren irgendwo in der Richtung. Oder irre ich mich? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich eine richtig gute Orientierung habe. Hier in Minecraft und auch so. Da hinten ist ein Schaf. Auf der Minimap, glaube ich. Was ist das? Eine Biene. Ja, das sind Schafe. Hallo, bleib da! Ich besorge mir hier gerade mal noch ein bisschen, äh, ein paar Snacks. Oh, was? Ich hab... So viel Schweine habe ich immer noch getötet. Aber wir haben schon mal... Ich war ein Mäh. Also was ich echt sagen muss ist, hier gibt es einen Haufen Food. Essen gibt es hier genug. Hallo, nicht hängen. Alter, wie viel... Wie viel... Wie viele Schafe... Äh, Schweine gibt es denn hier? Gibt ja mega viele Schweine. Habe schon fast eineinhalb Stacks. Ich glaube, zwei Stacks mache ich voll und dann gehe ich wieder nach Hause. Und hier hat's Bienenstöcke. Und nicht gerade wenige. Da kriege ich ja schon ein bisschen... Hallo, nicht da! Verstrickt sich das Schweine auf dem Baum, ey. Ich glaube, ich spinn. So. Mal eine ganze Zeit lang einfach Schweinefleisch. Aua! Schweinefleisch essen. Aber das ist ja nicht so wild. 64. Ja, wir sind schon... Wir haben schon zwei Stacks. Gut, dann suchen wir mal unser Zuhause. Müsste in dieser Richtung sein. Ne, kann nicht sein. Da ist die Karte nicht erkundet. Da ist die Möck nicht erkundet. Vielleicht geht's da lang. Das ist wirklich Schlarattenland hier mit so vielen... Ah, da ist meine Farm. Okay. Gut, dann bin ich wirklich gleich da. Jippie! Zuhause! Naja, ich hab gerade überlegt, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte mir einen Scoop bauen und da unten den Bienenstockblatt machen. Das machen wir doch jetzt mal. Ah, schnell. Und ein Steck Fleisch haben wir hier rein. Experian. Kann man das essen? Oh ja. Wolle, Wolle, Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Das brauchen wir auch noch, das auch. Was wollte ich gerade machen? Scoop. Holz. Eine Wolle. Eine Wolle. Hallo. Manchmal leckt das hier. Warte mal, ich hab noch 6... 6 Sticks. Ruten Chest Transporter. Ah, interessant. Scoop. Dann machen wir das noch so. Und so. Und dann gehen wir mal schlafen. Sicher ist sicher, Jocken. Sicher ist sicher. Und dann müssen wir auch gleich schon die Folge beenden, wenn ich da unten diesen doofen Bienenstock abgebaut habe. Und jetzt sag ich gerade, da steht irgendwas rum. Das war zum Glück nichts. Ha! Habe ich euch besiegt, ihr Bienchen. Hä? Haben sie nicht mitgerechnet, dass ich so intelligent bin. und mir das nicht gefallen hat. So, ich würde sagen, ich gucke noch schnell auf welche Höhe ich die Brücke bauen muss. So, dann möchte ich die haben. So. Das ist so drei breites. Und das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Damit wir ungestört zu unserem, äh, ja, Getreidefelder hinten kommen. Dann muss man nicht immer hoch und runter. Dann ist alles schon in geordneten Bahnen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Fall mal hier nicht runter. Ähm, und bis dann. Ciao, Minecraft. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.